Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. So, wir sind auf Endor angekommen und mussten hier die Rebellion zerschlagen oder zerstören. Bin ja echt gespannt jetzt. So, ist das ein Feind oder nicht? Sieht fast so aus, gell? Wollen wir den mal down? Alles klar. Wir nehmen einen Headshots. Verpassen hier. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Unter Arbeit, Agent. Wir übernehmen. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Frontkämpfer-Serie. Eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die die Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner besiegst. Okay. Einzigartige Fähigkeiten. Jeder Charakter und jedes Raumschiff verfügen grundsätzlich über drei einzigartige Fähigkeiten. Wähle Fähigkeiten, wähle Fähigkeiten-Details, um dich darüber zu informieren und sie im Spiel sofort richtig einzusetzen. Eine Version Karten ausrüsten. Habe ich schon Karten? Sternenkarten ausrüsten. Sternenkarten verbessern die einzigartigen Fähigkeiten oder setzen sie komplett. Jeder Charakter kann bis zu drei Karten ausrüsten. Okay. Okay, mehr habe ich ja eigentlich noch nicht. Ablegen. Ältere. Impulskanone. Schüsse werden im maximalen Schaden aufgeladen. Ja, das machen wir jetzt mal noch nicht. Waffen ausrüsten? Was habe ich denn hier? Ach, ich kann andere Waffen ausrüsten oder was? TL50. Nehmen wir mal die hier. Das ist eine Art Scharfschützengewehr, oder? Aha, okay. Ah, okay. Alles klar, dann probieren wir es doch mal. R1. L1. Ah, okay, da sind Granate. Hier können wir scannen. Ah, auf R1 kann ich die Waffen wechseln praktisch. Okay, alles klar. Okay. Das war's. Ah. Sieht richtig nice aus hier. Gucken, wie die alle rumklucken hier. Mit so vielen Effekten, dass man es recht schwer sieht. Schießt denn hier auf mich? Ich werde schwer. Geh mal, Leute, runter hier. Granate. Okay, waren das nicht mehr? Aber hier müssen wir noch irgendwas eliminieren. Komme ich denn da hin irgendwie? Dann wollen wir doch erstmal hinschauen. Boah, das sieht so geil aus mit den Effekten hier mit den Funken hier alles. Geil. Kommt die? Kommt die? Ender ist ja übrigens auch der Planet von den Evox, oder? Verbessert mich doch ruhig, wenn ich da falsch liege, aber ich denke schon von den kleinen Bärchen da. Was ist das für eine Bumme? Oh, ein Scharfschützengewehr. Bin ich rein? Nee. Wo muss ich jetzt hier hin? Da lang wahrscheinlich, oder? Okay. Hier scheint der Weg hoch zu gehen. Boah, sieht das hammermäßig aus. Nein. Geil. Scheiße. Dann scheinen wir hier unendlich Granaten. Ja, wo ist mit dem Cooldown? Machen wir was. Wahrscheinlich, bevor der da hingeflogen ist, die Drohne hat er ja wirklich schon gekillt. Och, geil. Ich spiele es übrigens nur auf 1080p, weil meine Capture Card kein 4K verarbeiten kann, kein 4K-Signal. Es wird dann runtergeregelt auf 1080p, auch auf dem 4K-Bildschirm. Das bringt mir halt nichts. Ich bin mal gespannt, wann die Elgato 4K 60 Pro kommt. Ich glaube, die kostet um die 400 Euro, ist schon ganz schön teuer. Mal schauen, wenn ich mir die irgendwann mal hole. 400 Euro ist schon ein Haufen Zaster. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mann aus. Wow, Todesstern zerstört. Das war, glaube ich, in der sechsten Folge, wo der Todesstern zerstört worden ist. Ich finde es ja cool, dass man das jetzt von der anderen Perspektive auch mal sieht. Sonst hat man es ja immer nur aus der Rebellenperspektive mitbekommen, die Geschichte. Und jetzt kriegt man es auch wirklich mal richtig mit. Mit der imperialen Seite. Boah, leck sieht das herbenmarmäßig aus. Ich finde es echt Wahnsinn, was zur Zeit auf PS4 für Games was kommt, was da für eine Grafik hingeballert wird. Das ist wirklich heftig. Jetzt sieht man es erstmal, was die eigentlich schafft. Die ersten Spiele waren ja auch schon geil. Also damals die ersten Spiele waren ja auch schon nicht schlecht, die damals rausgekommen sind. Aber Wahnsinn, es wird immer besser. Geil, die ganzen Details. Also entschuldigt mich ruhig mal, wenn ich einfach mal stehen bleibe und einfach nur mich umschaue. Das sieht hammermäßig aus. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Alles klar. Alles klar. Okay. Rebellen im Anmarsch. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuer nachher. Feuer! Schalten Sie auf! Ich habe doch schon alle gekillt, oder? Oder doch mal mehr. Gebiet schocken. Feind neutralisiert. Sie haben es. Sehr geil. Da ist ein Rebellen hinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Was ist da wieder drin? Neue Fähigkeit. Störung. Ein modifiziertes Entschärfungsgerät, das einen ionisierten Energiestoß erzeugt, der gegnerische Waffen überhitzt, Sprengsätze entschärft und kurzzeitig Geschütze deaktiviert. Okay. Könnten wir doch eigentlich bei den Scans reintun. Okay, das war die Granate. Das will ich natürlich nicht. Okay, machen wir das nochmal. Die Granate will ich eigentlich behalten. Sehr blöd, dass wir das nicht auf einen Slot legen können. Oh, hier sind unsere Kameraden. Die Rebellen haben sie eingekettet. Wir müssen unseren Truppern helfen. Los! Stellung, halten uns heuer wieder. Inferno-Trupp? Das Imperium evakuiert, Endor. Dräng die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Ich muss aufpassen, bringen wir dauernd hier. Boah. Oh, muss ich das nochmal machen? Man. Ich hab nicht Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie dauernd. Feuer! Schalten Sie los! Achtung! Das wird hier lediglich. Steck los! Sie haben es verdient. Das war's. Kommandere! Da ist ein Rebellen-Hinterhalt. Wir haben ein Shuttle verloren und werden überrannt. Weiter machen, Agent. Mal sehen, was sie tun können. Oh, cool. Das hat ich vorher gar nicht gesehen. Du musst was hacken. Was ist das hier? Probieren wir die Knarre mal aus Ah, okay Ah, sehr schön Okay, dann probieren wir es nochmal Das haben wir ja schon freigeschaltet eigentlich, oder? Ja Gehen wir mit dem Granat, werfen wir ein bisschen rum Granate Mal schauen, ob wir jetzt hier nicht sterben Die Rebellen haben sie eingekesselt Wir müssen unseren Trupplern helfen Los Stellung, Kreis und Feuer erwidern Inferno-Trupp Das Imperium evakuiert Endor Dräng die Rebellen zurück Verstanden, Commander Wir sind dabei Wir sind zugeschützt Wir sind zugeschützt Nein, ich komme nicht ab Schwierig, was ist denn? Aus Sieg Für das Imperium Das hat mir irgendwie so ein Maschinengewehr oder sowas Das war's Untertitelung des ZDF, 2020 Nein. Okay, es sind nur praktisch drei Granaten, was wir hier abschießen können. Ein Rocket Launcher. Okay, schauen wir mal, was der zu bieten hat nachher. So, wo geht's weiter? Ups. Sieht da schön aus. So, muss ich aufpassen hier. Oh, wenn wir schnell in die Optionen... Kann ich hier... Do, 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 do. hier scheitern nachher ich wollte eigentlich die Vibration vom Controller ausschalten, ich habe es jetzt nicht gesehen ich höre uns ja ewig jetzt in den Menüs rum, eher dann die Vibration Detonator! St typer! Offensier! Okay, and hammer... Kf! Okay, wir geströmt. Wir sind fertig. Agent Mikro, wie ist Ihre Position? Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Hask bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. Was gefällt denn euch eigentlich besser, die Ego-Ansicht oder die Third-Person-Ansicht? Lagerbericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurück zu erobern. Wir scheinen bereit zu sein. Troppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen zahlen. Wird ein. Wird ein. Wird ein. Wird ein. Wird ein. Boah, das ist ja mal nice. Wie lange hält das Ding? Bis er weggeballert ist wahrscheinlich. Was ist denn jetzt? Ja, BVF. Schade! Schade! Weck in. Okay. Die Hände, ja? Die Hände, ja? Sie sind ja mit Mädchen! Nein, ich schreibe die Granate gegen den Baum. Ich schau mal gleich mal hier hoch. Ich hätte mir vorher mal gebraucht. Zur oberen Ebene gelangen. Kommander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Taijäger für unsere Flucht. Und am Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Ja. 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 Okay. Boah. Was ist denn das? Wir sind über die Luft gesprengt hier oder was? Was ist das? Ja. 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 Okay. Agent Miko, das ist ihr Taijäger. Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Gehen Sie. Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. Schau. Da war ein Commander. Schlafbereit, Commander. Ich folge. Schlafbereit, Commander. Sind Sie noch da, Commander? Jäger gesichert. Wir sehen uns vor. Geil. Der Admiral hat Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Jetzt. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen uns natürlich die Weltraumschlacht in der nächsten Folge an. Ich freue mich schon riesig drauf. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Macht mir richtig Spaß bis jetzt. Und wenn es euch ein bisschen gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützen würdet. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.